Hocki, schau mal! Wo ist das Leckerli? Da ist das Leckerli! Super! Grüezi, Junge! Kaum fertig zu hören! Sehr fertig kaum! So viel können wir! Wo ist das Leckerli? Da! Ja, das ist genug Leckerli! Ich hoffe, das hat man jetzt gesehen. Ich will dann eh nach, ob man es gesehen hat. Das kann er eigentlich schon gut. Das kann er schon gut. Ich habe jetzt ein bisschen länger kein Rocky-Video mehr gemacht. Und das gehört ihm. Das ist jetzt egal. Wir sind ganz braver, wir sind stolz auf dich. Wir gehen dann, Yassi! Jetzt ist er ein bisschen ruhiger. Beißen du da halt noch ein bisschen. Das geht schon. Die Fußbahnen da unten verfärben sich schon. Also sie sind schon auf jeden Fall dünkler. Ja, was mache ich da? Und er kratzt noch auf seinem Bein herum. Ich habe jetzt den Fernseher nur leise gedreht, sonst kann ich damit nicht reden. Okay, das war's auch mit dem Video. Sag mal Tschüss! Sag auch Tschüss Rocky! Sag Tschüss! 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 Tschüss!